Moment, jetzt sag nicht, ich darf das wieder ganz von vorne machen. Ja, ja, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was? War flucht seist du, Barnaby! War! 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 Ist schon mal weg, wer ist schon mal weg, wer ist schon mal weg. So. Und einmal meine Sackamaschinen. Wo ist der, wo ist der? Dinger, geht mir auf den Senkel. Ja, echt beschissen als Timing. Wow, komm schon. So, haben wir den noch. Na los, raus hier! Komm her! Puh, nochmal Glück gehabt jetzt. Ich meine, ich hätte eigentlich jetzt noch voll überleben können, aber pssst. Oh oh. Komm schon, los! Oh, eklig! Korle. Was auch immer er ist. Groß, auf jeden Fall. Und nicht allein. Eine Art neuer Zombie, schlauer Zombie. Mörder Zombie? Naja, Notiz an mich, Mörder Zombie klingt kein Stück, geht gar nicht. Dann wurde ich von Dr. Dian Blackburn kontaktiert, eine Obscurus-Forscherin und Ex-Kollegin von Dr. Barnaby. Ja, der alte Knabe hat quasi die Zombies erfunden. Starb Jahre später beim ersten Willamette-Ausbruch. Meine Forschungsergebnisse wurden nie gefunden. Blackburn verwies mich an sein Geheimlabor bei der Golden Apple Winery, ich hab's mir angesehen. Die Forschung, Zombies, alles sehr seltsam. Hat mich kaum weitergebracht. Obscurus hatte sich schon Barnabys Dateien geschnappt. Woran er auch gearbeitet hatte. Obscurus war echt scharf drauf. Echt scharf drauf. Und das bedeutet, es muss echt gut sein. Ja, und somit haben wir Fall 3 gelöst. Was ist das denn? Sprengfleisch. Jo. Kombis gebaut. 19. Bilder geschossen. 71. Tode. 2. Ja. Blöde Tode. Okay, was sagt das? Der Journalisten-Report. 42. Blogger. Jemann, ich blogge. Alles klar. Ich muss Barnabys Forschungsergebnisse von Obscurus zurückholen. Schwert und Schild. Was haben wir eigentlich hier so? Special Weapons. Haltbarkeit 15%. Die können eigentlich mal weg. In West. Ich muss in die Obscurus Basis und brauche dabei ihre Hilfe. Bin gerade beschäftigt, Frank. Ach. Kommen Sie, das dauert höchstens eine Stunde. Warum flüstern Sie? Wenn Sie reden wollen, kommen Sie zu den Prachthäusern in Westridge. Mein Versteck. Bis später. Ja. Moment, welches Haus genau? Hammond? Na toll. Jetzt darf ich ein paar Klinken putzen. Ja. Aber wir... Wir fahren erstmal zum Dingsprobst. Und machen die Irrenklass. Wenn die überhaupt noch da sind. Oh. In your face. So. Da hab ich jetzt. Ach, ich komm ja eh nicht da. Uh, doch. Das heißt, irgendein Auto gibt's hier bestimmt. Ja. Ja. Ein Auto? Ein Auto? Alter, wirklich? Ein Kack-Auto? Äh. Okay, ich muss da hin. Na gut. Okay, die zwei Irren sind ja auch eh weg. So. Ausdauer voll im Arsch. Juhu. Willkommen bei Herr der Ringe. Angriff auf Mordor. Fupp. Alles Orks. Äh, ich brauche ein Auto. Oh. Ah, da. Der SUV. Der SUV. Der ist fahrbar. Moment. Warte mal was. Oh. 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 ich glaube das wird jetzt mein jährliches weihnachtsspiel ich will nicht sterben ich will nicht sterben ich will nicht sterben Zufrieden? Ach nee, da auch noch. So, ach, da kommen wir immer wieder. Nö, nö. Bitte. Was hast du denn? Warte mal, was können wir denn wegschmeißen? Die Säurekacke. So. Ach, fünf Schuss. So, wir gehen mal schnell den Irren da platt machen. Ah, Moment mal. Footballhelm. Wo ist die Franks West-Tatua? Ach so, der ist bestimmt draußen. Hä? Was ist das? Ah, da. Eine Türe. Und du Lehrer. Ich reiß euch die Arschler. Und wenn. Weg. Einzig. Was? Oh, Geier. Was? 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 Und deshalb ist Mannschaftssport nichts für mich. Du hast dich drum gekümmert? Gut. Weißt du, die Illuminati stecken unter einer Decke mit dem Sportkonzern, die wiederum... Aua! Verdammt! Hab mich am Float-Chart geschnitten. Naja. Hörer besiegen. Yeah! Warte, was ist das? Ich brauch mehr. 12% das reicht noch für einmal. Benutzen wir den gleich draußen da. Go, Turkeys! Go, Turkeys! Äh, ja. Ja. Und zwar benutzen wir den... Ja, der zieht mich selber an. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter wegwerfen. So. Bam, 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 bam. Jetzt gibt's schon auf! Äh, nein. Ich brauch mal ganz kurz Plätze, wo ich auf die Karte gucken kann. Ähm, wo fahr ich eigentlich? Achso, die Straße immer geradeaus. Okay. Einmal hin, herfahren. Ja, das Schwung funktioniert sowieso auch immer. Immer wieder super. War ich hier richtig? Links. Und dann links. Oh. Echt. Dann nimm die Ampel. Okay. Oh. Ähm, wie war das jetzt nochmal? Okay. Einfach der Straße folgen. Die zweite, dritte rechts. Kann mir jemand helfen! Hätte ich nur meine Zombie-Kill-Playlist parat! Ja. Ups. Ich weiß, jemand in der Nähe. Haltet zu mir vorbei! Oh-oh. Nein! 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 Weck! 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 Bäck! Was? Na. Komm her. Ja! Voll auf dem Kopf. Dankeschön. Äh, 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 aufheben. Den Sackmaster. So, mein Jeep ist ja kaputt. El Coro. Njam. Und die nächste. Karo D. Omla Kieze. So, war das jetzt die rein oder die nächste? Okay, die nächste. Wow. Oh, oh. Er muss in einem der Häuser sein. In welchen? Oh, okay. Okay, okay. Nein, nein. Oh Mann, lasst mich doch, Zombies. Da ist einer. Da, der ist richtig schmuckleck. Boom. So, weg mit dir. So, in einem der Häuser müsste er sein. Gut, dass das hier gerade so parat steht. Das Haus durchsuchen. Hallo, jemand da? Klopp, klopp. Oh, Moment, hatten wir nicht noch so einen. Das könnte mal weg. Oh, ich habe hier gar nichts mehr. Burrito, alles her, alles her, Wodka, alles her, Wodka. Ah, oh, ein Plan. Ice Chaingun. Eismaschine plus das. Okay. Eismaschine. Ähm. Plus. Eismaschine plus das da. Okay, Moment. Ähm. Du mal kurz weg. So, das. Plus das. Dankeschön. Die Kuisin's. Die Kuisin's. Läuft. Oh. Oh, was hat der hier drin? Löschpistole und Haartrockner. Das Zeug bräuchte ich immer wirklich nicht. Wow. Muskelentspanner. Wupp. Ja, Triceratops. Ich könnte auch die Blanka-Maske nehmen. Ach, wirklich? Mann. What? Danke. Sind Sie hier drin? Industrieventilator. Mann, ich brauche mehr Platz. Ich brauche mehr Platz. Nahrungsmittel. Nahkampfwaffeninvestor. Yeah. So. Wir haben ja noch drei. Und machen wir den noch. Nein. Nein. Okay, jetzt gehen wir... ...dassersuchen. Durchsuchen. Hi. 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 So, jetzt erstmal hier rein. Verschlossen? Wie komme ich denn da jetzt rein? Okay. Ah, okay. Schon gecheckt. Bauerweite Outfit. So, hier. Nagelpistole. Kontrollpunkt. Vakuum Power Up. Das muss Hammond sein. Hey. Was ist mit Ihnen passiert? Tom gab mir die Schuld für den Überfall, aber er wusste, wir waren es nicht. Er ist irre. Er hat Menschen im Keller eingesperrt. Er hat Menschen vertrieben. Er verurteilte Menschen, als ob er Heinrich der Achte wäre. Und dann sind da noch diese Gerüchte von Menschen, die plötzlich spurlos verschwinden. Nun, was wollen Sie unternehmen? Ich werde ihn töten. Und ich hoffe, Sie helfen uns. Er ist nicht unternehmen. Ich werde ihn aufhören. Ich werde Jästchen, dass die K-4 für den 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 K-4, was erinnert. Und dann auch wenn Sie das mit ihr nicht in der K-4 für den K-4 für den K-4 für den K-4. Vielen Dank.